Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von WerkzeugTV. Heute aus unserem Röntgen-Studio und neben mir steht Ralf Peine, Anwendungstechniker bei der Firma Röntgen. Hallo. Hallo Herr Wolf. Ja, jeder der schon mal mit Metallbandsägen zu tun gehabt hat, der kennt natürlich die Firma Röntgen. Wir kümmern uns heute aber um so eine Art Fachgebiet von Ihnen. Stichwort High Performance. Es geht um Edelstahlbearbeitung und es geht um HM, also Hartmetallbänder. Stichwort High Performance. Worin liegt da der Unterschied zum normalen Bimetallband? Herr Wolf, grundsätzlich ist das Vormaterial das gleiche. Aber es gibt spezielle Anwendungen wie eben Edelstahlbearbeitung oder überharte Teile, wo ein normales Sägeband an seine Grenzen stößt. Für diesen Fall haben wir unser Masterband entwickelt. Dabei ist der Zahn, der Vorschneiderzahn angefasst. Man kann das auch auf dem Schaubild dort ganz gut sehen. Also einen angefassten Vorschneider haben wir und es handelt sich dabei ausschließlich um geschliffene Bänder gegenüber den gefrästen Bändern im Bimetallbereich. Was bringt dieser Masterzahn? Ja, natürlich eine verbesserte Oberfläche bei Edelstahlbearbeitung und auch eine höhere Standzeit, die wir damit erreichen. Wir haben den Masterzahn. Gibt es sonst noch andere Zahnformen? Ja, gibt es. Und zwar haben wir auch eine Rohrbearbeitung natürlich in Edelstahl. Und dafür gibt es den sogenannten Profilzahn. Der unterscheidet sich durch einen verstärkten Zahnrücken, den wir haben. Man kann das dann auch in der Einstellung genau sehen. Worin liegt jetzt der Unterschied zwischen den Edelstahlbändern und der Grundqualität M42? Ist an und für sich genau das Gleiche. Okay. Nur hierbei ist es eben, dass wir einen verstärkten Zahnrücken haben, der die Vibrationen bei Rohrbearbeitung, sprich Rohr- oder Profilbearbeitung minimieren soll. Wenn ich jetzt eine weitere Leistungssteigerung haben möchte, dann kommen diese Hartmetallbestückten Bänder zum Einsatz? Ja. Hartmetallbestückte Bänder erlauben uns doppelte Geschwindigkeiten zu fahren. Sprich, wir sägen in der Hälfte der Zeit Teile durch. Und sie bereiten auch bessere Oberflächen. Die Hartmetallbestückten Bänder, dies hier ist ein Schnitt von einem Masterband. Sie sehen, das ist geriffelt. Und dies ist eine Oberfläche von einem Hartmetallband, das Sie sehen absolut gerade. So ein bisschen wie bei den beiden Kartoffelchipsorten, geriffelt und glatt. Ja, könnte man so sagen. Bei dem Hartmetallband ist es allerdings so, da unterscheiden wir dann zu dem Bimetallband, haben wir keinen HSS-Streifen hier, sondern eingesetzte Hartmetallkörper, die werden eingeschweißt und werden allseits dann geschliffen. Am Brust, Rücken und beiden Flanken. Das beinhaltet natürlich auch ein bisschen höheren Preis, aber ich sage mal, Qualität erfordert auch irgendwo einen etwas höheren Preis. Was ist jetzt der Vorteil der Hartmetallbänder? Ein zweiter Vorteil liegt darin, dass wir überharte Teile, die oberhalb von 1400 Newton Zugfestigkeit liegen, wir sehen das dort an dem Bildchen, das sind 44 Härte Rockwell, dass wir die nur noch mit Hartmetall sägen können, die sind mit Bimetall nicht mehr oder kaum noch zu sägen. Und sind wir dann oberhalb von 50 HRC, müssen wir sogar die Geometrie dieses Bandes ändern, aber das sind dann ganz spezielle Bänder. Oder die induktiv gehärtete Kurbelwellen von Motoren, von Auto-Pkw-Motoren oder anderen Teilen dann sägen. Dafür braucht man dann mit Nullgrad oder negativen Spanwinkeln diese Bänder. Okay, also ich sehe schon, High Performance ist auch höchste Konzentration für den Kopf. Ja, alle Maschinen können das natürlich nicht. Wir haben da schon Schwierigkeiten. Wir müssen dann unterscheiden, dass die Schwenkrabenmaschinen vielfach dafür nicht ausgelegt sind. Da brauchen wir schon stabile Maschinen, denn die Antriebswerte bei diesen Bändern sind ungleich höher, erfordern eine ungleich höhere Leistung als bei einem normalen Bimetallband. Herr Peine, das ist so ein komplexes Thema. Ich kann mich erinnern, wir haben schon Sendungen zusammen aufgenommen. Da sagten Sie, es gibt Service-Mitarbeiter, Serviceberater von der Firma Röntgen, die in die Betriebe gehen. Gibt es das hier bei dem Thema auch? Ja, absolut. Die Hartmetallbänder sind so teuer, circa viermal so teuer. Da ist es in jedem Fall ratsam, einen Techniker von Röntgen vorher zuzuziehen. Das denke ich auch. Bevor für ein paar hundert Euro vielleicht hier so ein Band eingesetzt wird mit falschen Parametern. Und dann hat das alles keinen Erfolg gehabt. Okay, also Rundumversorgung durch die Firma Röntgen. Dann bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie da gewesen sind. Ich bedanke mich auch, dass ich hier sein durfte. Immer wieder gerne und bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn wir uns bei der nächsten Ausgabe von WerkzeugTV wiedersehen. Bis dann.